Herr Beule, Orel Füssli wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. Was sind Ihrer Meinung nach die zwei bis drei wichtigsten Meilensteine in dieser doch sehr langen Geschichte? Ja, einer der Hauptmeilensteine hat sich gleich am Anfang abgespielt, im Jahre 1519, als das Unternehmen gegründet wurde. Das war ja eine einzigartige Zusammenkunft einer technologischen Revolution, zusammen mit einer kulturell-religiösen Revolution, die sich in der Zeit in der Schweiz abgespielt hat. Und zu dieser Zeit ist das Duo Zwingli und Froschauer entstanden, was man ja aktuell auch in dem Zwingli-Film sieht. Da kommt der Froschauer auch vor, wo man gesehen hat, dass die beiden eben gemeinsame Sachen machen können. Der eine hat die Drucktechnologie in die Breite bringen können, hat also ein Geschäft daraus machen können. Der andere war ein Reformator, war derjenige, der viele Dinge umkrempeln wollte. Und in der Zeit ist das Unternehmen sicherlich mit einem Paukenschlag sozusagen in seine eigene Geschichte gestartet. Ein weiterer Meilenstein, der sicherlich auch vielen Leuten heute noch bekannt sein wird, ist die Gründung der Zürcher Zeitung, der sogenannten Zürcher Zeitung 1780, die heute unter dem Namen Neue Zürcher Zeitung bekannt ist. Die wurde auch jahrzehntelang im Hause Orel-Füssli noch produziert und verlegt und ist eben dementsprechend auch bemerkenswert, weil sie eben heute noch existiert und weil die NZZ-Gruppe natürlich auch ein formidables Medienunternehmen ist. Schliesslich ein dritter Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte war sicherlich 1907, beziehungsweise dann auch 1911, als die Schweizerische Nationalbank gegründet worden ist, beziehungsweise als wir dann eben auch den Druck des Schweizer Frankens hier in Zürich begonnen haben, der ja auch bis dato andauert und wo wir ja gerade das neueste Exponat mit der neuen Banknotenserie begutachten dürfen. Jetzt machen wir einen Sprung in die Gegenwart, respektive bereit in die Zukunft. Orel-Füssli ist ja mittlerweile breit aufgestellt, hat verschiedene Divisionen. Was wird Ihrer Meinung nach in Zukunft die wichtigste Division sein für Orel-Füssli? Nach der heutigen Zusammensetzung ist es sicherlich der Sicherheitsdruck. Man kann das allerdings nicht so genau sagen, weil es verschiedene Divisionen gibt, die wichtig sind. Der Sicherheitsdruck ist für uns wirtschaftlich sicher ein ganz wichtiger Faktor. Dort glaube ich auch, dass in der Zukunft dieses Geschäft eine wichtige Rolle in unserem Portfolio einnehmen wird, weil eben entgegen aller Unkenrufe, die es in diesem Zusammenhang auch gibt, ich nicht daran glaube, dass das Bargeld so schnell aussterben wird. Es wird uns auch die Zeit ermöglichen, einerseits auf dem drucktechnischen Bereich neue Innovationen zu machen, zum anderen natürlich uns auch an den Bewegungen und an den Strömungen zu beteiligen, die es momentan im Zahlungsverkehr international gibt, also mit neuen Technologien, die Einzug halten. Von dem her glaube ich, dass das noch eine relativ lange Zukunft vor sich haben wird. Sie selber werden ja im September zurücktreten, das haben Sie bereits in letztes Jahr angekündigt. Wenn Sie so Ihre fünfjährige Amtszeit, die noch nicht ganz vorbei ist, zurückblicken, wenn Sie so ein Highlight oder sagen, ein wichtiger Entscheid, was ist so das beste, das oder der beste Entscheid oder wichtigste Entscheid, das Sie in dieser Zeit getroffen haben? Ja, ich glaube, in unser aller Sinne war ein guter Entscheid oder war eine gute Entwicklung in diesen letzten fünf Jahren, dass wir es nach vielen Hin und Her und auch nach einigen Querelen, die auch öffentlich ausgetragen wurden, es schlussendlich geschafft haben, die neunte Banknotenserie der Schweizerischen Nationalbank herauszubringen, letzten Endes dann in einem revidierten Emissionsplan diesen aber eingehalten haben. Wir können heute mit Fug und Recht sagen, dass wir wieder ein gut funktionierendes Unternehmen im Sicherheitsdruck sind, dass wir unsere internationale Reputation wiedergewonnen haben. Das muss jetzt natürlich in die Zukunft bewiesen werden, dass wir auch mehr und mehr Drittkunden akquirieren können. Aber das war sicherlich ein Highlight dieser letzten Jahre, das uns alle sehr glücklich macht. Noch mal eine letzte Frage, Ihr Nachfolger ist ja noch nicht bestimmt, aber wenn Sie so quasi ihm einen Tipp auf den Weg gehen müssen, welche Baustelle bei Olaf Wiesel er als erstes anpacken müsste, was wäre das? Ja, ich habe mal gelernt, man soll keine ungefragten Tipps verteilen und ich werde auch keine Tipps verteilen, weil da gibt es ein anderes Sprichwort, Ratschläge sind eben auch Schläge. Ich würde sagen, es ist das Privileg von jedem Einzelnen, der in eine Firma kommt, der sich die Situation anschaut, diese analysiert, die eigenen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich denke, und das ist eigentlich auch mein Anspruch, ich hinterlasse ein Unternehmen, das in den einzelnen Divisionen gut aufgestellt ist. Die Herausforderungen lassen logischerweise nicht nach, aber da ist eine Basis da, auf der man aufsetzen kann. Und ich würde mir wünschen, dass nach mir eine Person hierher kommt, die sehr viel Gespür für Geschäftsentwicklung hat, die sehr viel Kreativität hat und die sehr viel Willen und Leidenschaft letzten Endes auch mitbringt, dieses traditionelle, dieses 500 Jahre alte Unternehmen nach vorne weiterzuentwickeln. Vielen Dank.